Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich auch zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr dabei seid. Am sichersten fühle ich mich, wenn ich im Auto selber am Steuer bin. Dann habe ich zumindest das Gefühl, dass ich alles im Griff habe. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl auch kennst. Ich habe das Lenkrad in der Hand, Gaspedal, Bremse, gehört alles mir und dann habe ich den Eindruck, die Straße ist sehr sicher. Bei manchen Fahrern fühle ich mich als Beifahrer nicht sehr wohl, genau aus diesem Grund, weil ich das Gefühl habe, sie haben nicht alles unter Kontrolle. Und dann kann ich mich nicht entspannen. Dann fahre ich zwar mit, aber ich beobachte, ich schaue. Am liebsten würde ich das Lenkrad selber in der Hand haben. Dann gibt es einige Fahrer, bei denen würde ich am liebsten gar nicht einsteigen. Ich werde natürlich jetzt die Namen nicht erwähnen. Ihr könnt ruhig bleiben, aber ich fühle mich unsicher, weil sie viel zu riskant fahren, rücksichtslos. Und manchmal habe ich das Gefühl, sie kommen gar nicht ans Ziel. Im gewissen Sinne befinden wir uns alle in einem Auto und jemand fährt dieses Auto. Und bis jetzt war die Fahrt, zumindest hier in Europa, in Deutschland, einigermaßen gut angenehm. Sicherheit, Wohlstand, Stabilität waren uns so gut wie garantiert. Doch in den letzten Wochen scheint die Fahrt sehr holprig zu sein. Diesen oben genannten Dinge, die so selbstverständlich für uns waren, fangen an zu bröckeln. Und die meisten Menschen sind aus dem Schlaf gerissen. Wohin geht die Reise? Fragen wir uns. Jetzt ist entscheidend wichtig, wer sitzt eigentlich am Steuer? Das ist die Frage, die uns beschäftigt. Ist das der Zufall? Wenn du an den Urknall glaubst, dann habe ich für dich keinen Trost. Denn es hat ja ohne Grund geknallt, nun sind wir da. Und es kann jede Zeit noch einmal knallen, dann sind wir weg. Also mach dir keine Sorgen. Wir sagen, ja Moment, aber das Leben ist doch wichtiger, als aus dem Chaos entsteht etwas und dann sind wir weg. Genau, das ist der Punkt. Wir sind nicht zufällig da. Sind es die Politiker, Könige oder Präsidenten, die hier am Steuer sitzen und unser Schicksal ist in ihren Händen? Aber das ist nicht weniger tröstlich als der erste Fall. Denn aus der Geschichte wissen wir, dass einige Könige ihr Land ruiniert haben. Und wir wissen nicht, in welchem Land welcher König wie regiert. Auch bei all ihren guten Absichten sind das Menschen, die genauso Fehler tun können. Oder ist das Gott der Schöpfer, der souverän herrscht und alles im Griff hat? Auch diese Situation ist möglich und ich persönlich glaube, dass Gott selber am Steuer sitzt und lenkt. Das ist entscheidend wichtig für uns. Und ich behaupte, Gott hat alles im Griff. Und heute möchte ich über die Souveränität Gottes sprechen. Wie wirkt sich diese aus? Was ist überhaupt Souveränität, wenn wir darüber sprechen? Das ist ein Begriff, das vielleicht nicht sehr oft erwähnt wird. Souveränität bedeutet höchste Gewalt. Das heißt Unabhängigkeit Gottes von Menschen. Gott allein regiert und er ist keinem schuldig, eine Erklärung zu liefern. Er allein regiert und mit anderen Worten, er kommt an sein Ziel. Alles, was er geplant hat. Gott hat alles unter Kontrolle. Er sitzt am Steuer dieser Welt und dieser Welt wird von ihm persönlich gesteuert. Welch ein Trost. Kein Schicksal, kein Zufall. Auch wenn Menschen heute regieren, dennoch hat Gott direkt etwas zu sagen. Auch jetzt in dieser Situation. Wir haben die Krise noch nicht überwunden. Was hilft uns, ruhig zu bleiben? Ich kann euch sagen, Gewissheit über Gottes Souveränität. Wenn du gewiss bist, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Gott kommt immer an sein Ziel. Im Unterschied zu uns Menschen, die etwas planen, aber dann doch nicht immer ausführen können, weil etwas dazwischen kommt und unsere Pläne durcheinander bringt. Es können ja natürlich Umstände sein. Viele Menschen haben jetzt gerade zu Ostern Urlaub geplant. Und die meisten von uns mussten diesen Urlaub verschieben, streichen, kreuzen, was auch immer, weil die Umstände es nicht erlaubt haben. Einige Geburtstage wurden nicht gefeiert, weil es nicht möglich war. Hochzeiten mussten verlegt werden, weil es nicht möglich war. Und viele, viele andere Dinge. Weshalb? Weil man Dinge nicht im Griff hat. Die Umstände hindern uns, unsere Ziele zu erreichen. Umstände beschränken uns. Gott steht aber über diesen Umständen. Und das ist das Faszinierendste. Gott ist souverän. Schaut mal, was in Psalm 115,3 steht. Aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Mit anderen Worten, er steht über uns. Und er ist nicht eingegrenzt in irgendeiner Hinsicht. Das heißt, er kann tun und ausführen, was ihm gefällt. Es gibt keine Umstände, die Gott hindern könnten, etwas auszuführen. Es gibt keinen Gegner, die Gottes Pläne durchkreuzen können. In Jesaja 46,10 steht folgendes. Da spricht Gott zu dem Propheten folgendes. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Denk über diese Worte nach. Noch einmal, besinne dich, was hier gesagt wird. Von Anfang an, als Gott die Welt geschaffen hat, wusste Gott das Ende. Ja, Moment, ganz am Anfang, wo er den ersten Menschen gemacht hat. Ja, genau das ist das. Von Anfang an, wo Adam und Eva da waren. Er wusste schon die Offenbarung, wie es geschehen wird. Er wusste im Voraus alles. Sein Ratschluss soll und wird zustande kommen. Faszinierend. Gott ist souverän. Wir werden sicher ans Ziel kommen und niemand kann diese Welt durcheinander bringen, weil Gott am Anfang dieser Welt geplant hat und er wird diese Welt sicher zum Ziel bringen. Nun, im gewissen Sinne ist Gott der Regisseur. Was ist Aufgabe eines Regisseurs? Der Regisseur ist bei der Entwicklung eines Films von der Vorbereitung bis zum fertigen Werk die entscheidende künstlerische Kraft. Er übernimmt die Regie oder die Führungsrolle bei der Entstehung eines Films. Wenn etwas entsteht, ist der Regisseur die wichtigste Person. Er entscheidet, welche Schauspieler welche Rolle spielen. Er bestimmt alles, nicht der Schauspieler, nicht der einzelne Mensch. Die einzelnen Menschen sind ja nur diejenigen, die das ausführen, was Regisseur im Sinne gehabt hat. Er bestimmt jede Rolle und er setzt Menschen ein, welche Rolle wer spielt. Manche werden schlechte Rollen, spielen die anderen gute Rolle. Er verteilt und er hat alles im Griff. Im gewissen Sinne ist das, was Gott tut, er dreht mit uns eine Geschichte. Er ist der Regisseur. Er beginnt seine Geschichte und er hat die Geschichte geschrieben. Wir befinden uns mittendrin und denken, wie wird das ausgehen. Auf den letzten Seiten der Bibel wird es vom Paradies beschrieben. Gott steht als Sieger da, der seine Gemeinde, der sein Volk durchführen wird. Gott gebraucht unterschiedliche Menschen, um sein Ziel zu erreichen. Und in dieser Predigt, liebe Freunde, liebe Gemeinde, möchte ich Folgendes machen. Es gibt ja keinen, nicht einen Text. Ich möchte einfach in der Geschichte zeigen, wie Gott ja Menschen gebraucht, einsetzt unterschiedliche Menschen, um seine Geschichte zu schreiben. Und das ist faszinierend. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, komme ich nicht aus dem Staunen heraus. Deswegen können wir ruhig bleiben, gewiss sein. Gott gebraucht Abraham und lässt sein Volk durch ihn entstehen. Auf den ersten Seiten der Bibel im 12. Kapitel lesen wir, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Also Gott spricht persönlich zu Abraham. Was macht er? Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Gott beginnt seine Geschichte mit dem Volk Israel, mit Abraham. Und Abraham geht und tut das, was Gott macht, was Gott gesagt hat. Gott gebraucht Pharao, um Josef zu erhöhen. Es ist sehr faszinierend. Pharao ist ein Mensch, der Gott gar nicht kennt. Er hat ja da seine Götter. Und Gott lässt Pharao etwas träumen. Und niemand kann diese Träume deuten. Er sucht ja alle Wahrsage, alle kommen vor ihm, er erzählt diese Träume und niemand ist da. Es gibt nur einen Gefangenen, der irgendwo unbedeutend im Gefängnis sitzt. Aber Gott hat eine Geschichte mit Josef. Und dieser Josef, der Gefangene, anscheinend von allen vergessen, will Gott erhöhen. Was macht er? Er gebraucht Pharao. Und dann lesen wir, als dem Pharao gesagt wurde, eventuell gibt es einen Mann, der dir die Geschichte erzählen kann. Und dann lesen wir das in 1. Mose 41, 37 bis 41. Das heißt, Josef erzählt dem Pharao die Träume, deutet und Pharao ist so begeistert. Er sagt Folgendes. Und das Wort war gut in den Augen des Pharaos und in den Augen aller seiner Knechte. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten. Werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haupt sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron willen will ich größer sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Überlegt euch, was hier geschieht. Pharao gibt seine Macht freiwillig einem Gefangenen, den er vor einer halben Stunde noch nicht gekannt hat. Wir sagen, das ist irre, das geht doch gar nicht. In unserem Land, stellt euch vor, Angela Merkel holt jemanden aus dem Gefängnis, irgendeinen, den sie überhaupt nicht kannte. Er deutet einen Traum und die sagt, weißt du was, du wirst die zweite Person sein in Deutschland. Wir würden sagen, das geht doch gar nicht. Pharao ist nicht irritiert. Nun, wer lenkt denn das Herz von Pharao? Es ist Gott persönlich. Niemand gibt seine Macht freiwillig ab. Ich habe keinen König und keinen Präsidenten bis jetzt gesehen. Weltweit. Der seine Macht so großzügig austeilt und sagt, hier kannst du ja regieren. Warum tut Pharao das? Weil Gott sein Herz, sein Sitz im Griff hat. Und Josef, der vor einer halben Stunde noch als Gefangener da war, kommt und wird ein zweiter Mann im Land. Später, 400 Jahre später, Gott gebraucht auch Pharao zu seiner Ehre. Das Volk hat sich vermehrt, ein anderer Pharao, das ist ja eine Dynastie. Und der letzte Pharao, also der zur Zeit Mose war, wusste natürlich nichts von Josef. Und sie haben Israeliten versklavt. Und Gott sagt, okay, jetzt werde ich Pharao gebrauchen und meine Macht erweisen. Und er gebraucht Mose, er geht zu ihm und durch zehn Plagen zeigt Gott seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Majestät und bestraft zugleich die Ägypter und Pharao, weil sie Israeliten versklavt haben. Und niemand kann Gott widerstehen. Pharao damals mit der ganzen Macht, mit der ganzen Armee ist machtlos. Weshalb? Weil Gott souverän ist. Er kann nichts gegen Gott ausführen. Er kann gegen Mose nichts ausführen. Und so wird das ganze Volk Israel befreit aus der Knechtschaft. Sie gehen hin, den Weg zur Wüste und kommen zum Meer. Von beiden Seiten sind Berge. Und Pharao wird wieder verhärtet. Er denkt, wie kann es sein, dass die ganzen Menschen, die Sklaven sind, mir entkommen sind. Ich will ihnen nachjagen. Er holt die ganze Armee, jagt ihnen nach. Und das ist so leicht. Eigentlich sind die Israeliten Sklaven, die haben keine Waffen. Die sind eingeschlossen. Vorne im Meer, an beiden Seiten Berge und hinter ihnen her ist ein riesiges Heer. Und Gott sagt, ich werde meine Herrlichkeit erweisen. Ich bin souverän. Kein Pharao, keine Macht dieser Welt kommt gegen mich an. Mose streckt seinen Zepter aus. Es kommt ein Wind und das Meer teilt sich. Übrigens, das ist Souveränität Gottes. Auch die Schöpfung ist Gott untertan. Und niemand kann Gottes Pläne hindern. Und die Israeliten gehen durch das trockene Meer hindurch. In der Geschichte gab so etwas noch nie. Gott ist fähig, Wunder zu tun. Und 2. Mose Kapitel 14, Vers 30 lesen wir. So errettete der Herr Israel an jenem Tage aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn. Und sie glaubten an den Namen und an seinen Knecht Mose. Weshalb geschehen diese Wunder? Gott ist souverän. Er kommt an sein Ziel. Und er gebraucht unterschiedliche Menschen. Und völlig egal, wer die Menschen sind. Sie können nicht gegen Gott kämpfen. Sie sind zu klein. Sie haben nicht die Macht dafür. Auch wenn sie das anmaßen. Gott tut, was ihm gefällt. Gott gebraucht später David, um sein Volk zu segnen. Und zeigt, wie es einem Volk ergehen kann, wenn sie einen König haben, der gottesfürchtig ist. Das ganze Volk ist gesegnet durch Davids Regierung. Und in dieser Zeit blüht Israel auf. Faszinierend. Zur gleichen Zeit, die Geschichte geht weiter. Und ich erwähne einzelne Menschen, um nochmal zu zeigen, einzelne Könige, wie Gott regiert. Während Gott Geschichte mit seinem Volk schreibt, mit anderen Völkern, übersieht Gott nicht einzelne Menschen im Volk. Und das ist das, liebe Freunde, liebe Gemeinde. Das ist etwas, was ich jedes Mal so neu entdecke für mich. Gott ist gut. Er kümmert sich nicht nur um Völker, sondern er kümmert sich um einzelne Menschen. Gott erzieht durch den Propheten Elia, den gottlosen Ahab. Ahab ist ein gottloser König in Israel. Er betet alle möglichen Götzen an und verlässt Gott Israels. Und Elia ist ein Prophet. Er geht zu ihm und spricht, dass es dreieinhalb Jahre nicht mehr regnen wird. Weil du und das Volk Israel Baal anbetet, anderen Göttern nachläuft. Und ist ja klar, in dieser Zeit, während es nicht regnet, gibt es Dürre und Trockenheit. Und wenn es ein Jahr keine Ernte gibt und das zweite Jahr gibt es natürlich Hungersnot. Und jetzt ist interessant. In dieser Zeit schickt Gott oder versorgt Gott diesen Propheten. Aber jetzt fragt ihr, durch wen eigentlich? Ja, Gott hat Wege. Erstmal durch einen Raben, der ihm das Essen gebracht hat. Gott kann sich auch Tiere auswählen, die für ihn dienen. Gott ist souverän. Und dann ist noch etwas. Da ist eine Witwe. Da ist eine Witwe aus Zarpath. Sie hat einen Sohn. Und sie erlebt auch Hungerszeit. Und zu dieser Witwe sendet Gott persönlich diesen Propheten Elia. Und wir sagen ja, weshalb macht er das? Und diese Witwe hat nur so viel zu essen, dass sie das letzte Mal für sich und für ihren Sohn backen soll. Und dann soll sie verhungern. Beziehungsweise dann hat sie nichts mehr zu essen. Und Gott schickt diesen Propheten zu dieser Witwe. Und dieser Prophet kommt und sagt, kannst du mir bitte auch für mich das Essen vorbereiten? Ich würde sagen, dass es fast dreist bei einer Witwe, das letzte Essen wegzunehmen. Elia fordert ihren Glauben heraus. Und weil sie gottesfürchtig ist, tut sie das. Wir lesen folgendes in 1. Könige 17, 14 bis 16. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger. Nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Während Gott mit Ahab und mit dem Volk Israel durch Trockenheit und Dürer redete, hat er eine einzige arme Witwe nicht vergessen. Wie großartig. Gott kümmert sich um irgendeine in unseren Augen. Arme Witwe. Weil Gott souverän ist, entgeht ihm nichts. Viele Menschen in unserer Zeit, jetzt, gerade heute, versuchen sich mit Lebensmitteln einzudecken. Und die Frage ist natürlich, ja, wie viel ist genug? Für eine Woche? Für einen Monat? Vielleicht für ein halbes Jahr? Und es gibt Menschen tatsächlich, die für ein halbes Jahr Lebensmittel gehortet haben. In der Hoffnung, dass wenn es schlecht ist, dann haben die etwas zu essen. Und die Frage ist, wird Gott sich kümmern um Witwen? Was ist mit anderen Menschen, die sich so nicht versorgen können? Und hier aus der Geschichte wissen wir, Gott ist souverän. Denn er kümmert sich um Menschen. Übrigens, diese Situation, in der wir uns befinden, wird einiges offenbaren, den Geiz einiger Menschen, die immer mehr, immer mehr horten werden und später das Essen wegschmeißen müssen, weil sie das gar nicht geschafft haben, aufzuessen. Und wir werden Menschen sehen, die vielleicht sehr schlicht leben, arm leben. Sehr, sehr schlicht. Und die in dieser Zeit bereit sind, ihre Gastfreundschaft weiterhin zu üben und ihre Häuser aufzutun. Das ist faszinierend. Weshalb? Weil Gott souverän ist und die Situation wird eigentlich nur unser Herz offenbaren. Nicht mehr und nicht weniger. Sorgt sich Gott um unser Land? Oh ja. Aber nicht nur um unser Land, sondern er kümmert sich um jede Persönlichkeit, jeden Einzelnen. Die Frage ist, ob wir ihm vertrauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Gott ist souverän. Gott gebraucht später Nebukadnezar, um sein Volk einerseits zu bestrafen und Nebukadnezar kommt und verschleppt sehr viele Menschen in die Gefangenschaft. Für die 70 Jahre werden die in Babel sein. Aber zur gleichen Zeit offenbart sich Gott durch Nebukadnezar und zeigt ihm, beziehungsweise Daniel, er erhöht Daniel und durch Daniel zeigt Gott Nebukadnezar, was in den späteren Zeiten kommt. Also Gott hat Zugang zu jedem Menschen, zu Königen, zu Witwen, zu einzelnen Menschen, zu dem Volk. Was zeigt das? Es zeigt die Souveränität Gottes. Niemand kann Gott widerstehen. Und als der Nebukadnezar sein Herz überhoben wird, Gott gegenüber, versetzt ihn, setzt Gott ihn ab. Niemand kann Gott widerstehen. Gott ist souverän. Er herrscht. Während der ganzen Zeit spricht Gott zu seinem Volk durch verschiedene Propheten und verheißt ihnen Messias. Schaut mal, wie die Propheten, wie die Prophetie sich erfüllt hat in Bezug auf Jesus, wie verschiedene Menschen, die Feinde Jesu waren, die Prophetie erfüllt haben, ohne es zu wissen. Ich will nur ein paar Begebenheiten erwähnen, wo die Prophetie sich erfüllt hat und es zeigt nochmal die Souveränität Gottes. Faszinierend. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberninger, den obersten Priestern und den Ältesten zurück und sprach, Ich habe gesündigt, das ist unschuldiges Blut, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht das uns an? Da sieh du zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Und Judas, der ein Jünger Jesu war, wurde zu einem Verräter. Aber bevor das geschah, stand das schon längst durch den Propheten fest. Schaut mal, was hier steht, Vers in Matthäus Kapitel 27, Vers 9. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht. Und sie nahmen die Silberlinge, den Wert dessen, der geschätzt wurde, den die Kinder Israels geschätzt hatten und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie der Herr mir befohlen hatte. Während diese Menschen so handelten, dachten sie nicht, dass sie gerade die Worte des Herrn erfüllen. Weshalb? Gott ist souverän. Alles, was er gesagt hat, alles, was er geplant hat, wird hundertprozentig ausgeführt. Und niemand kann ihm wehren, seine Ziele zu erreichen. David prophezeite durch den Heiligen Geist von Jesus. In Psalm 22, 19 steht, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Lange bevor es Jesus gab. Die römischen Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, waren gottlose Menschen. Die hatten weder mit Jesus noch mit der Bibel bzw. Tora etwas zu tun und mit Psalmen. Sie haben Jesus verspottet. Aber ohne zu wissen, haben sie genau das getan, was vorher Gott durch David über Jesus ausgesagt hatte. Nämlich, dass sein Kleid, sein Gewand gelost wird. Und wir lesen in Markus, Markus Kapitel 15, Vers 24. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Gottlose Menschen, die Jesus als Gott verspotten, mit ihm überhaupt nichts zu tun haben wollen, tun genau das, was Gott durch David gesagt hat. Gott ist souverän und die Feinde Gottes werden das tun, was Gott vorher bestimmt hat. Noch ein Beispiel, römische Soldaten waren Henker, die haben Menschen hingerichtet und sie haben kein Mitleid mit Menschen, die sie gekreuzigt haben. Schaut mal, was passiert ist. Wir lesen in Johannes 19, Vers 32. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine. Also es waren die Räuber, zu rechten und zu linken, Jesu gekreuzigt. Und Jesus ist zu dieser Zeit gestorben und diese Räuber waren noch am Leben. Und die Soldaten sollten ihnen die Beine durchbrechen, dass sie nicht mehr atmen, dass sie sterben. Und deswegen steht es, da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine, ebenso dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Wir würden sagen, ja und, was ist so besonders, dass sie das gemacht haben? Das Besondere ist, dass sie das gemacht haben, was Gott vorher gesagt hat. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Also das ist der Johannes selber. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Stelle, Schrift, sie werden den sehen, welchen sie durchstochen haben. Nochmal, Soldaten sind gottlose Menschen. Und während sie das getan haben, haben sie jetzt nicht darüber nachgedacht, dass sie eine Prophetie erfüllen, sondern sie taten das, wie ihr Herz das gesagt hat. Aber Gott, der Souveräne, hat auch Macht über Soldaten. Und sie haben nur das getan, was Gott schon vorher bestimmt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Ihr Lieben, all diese Bibelstellen und viel mehr. Ich will nur ein bisschen, ein paar Bibelstellen zeigen. Nochmal, Gott herrscht. Er hat die ganze Geschichte in seiner Hand. Und noch eine Bibelstelle, die sehr interessant ist. Während Jesus nach der Auferstehung zwei Jünger trifft, immer aus Jünger, sie gehen unterwegs, er kommt und trifft sie und sie erkennen ihn nicht. Und er fragt sie, worüber reden sie? Und sie waren verwundert, weißt du denn nicht überhaupt, was hier jetzt in den letzten Tagen geschehen ist? Und er sagt, nein, er erzählt mir. Und sie erzählen ihm, dass von Jesus, dass er gekreuzigt wurde, Und dann lesen wir folgendes. Jesus spricht zu ihnen. Kapitel Lukas, Kapitel 24, Abvers 25. Und er sprach zu ihnen, Oh ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten. Und er legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Jetzt ist die Frage, warum tut Jesus das? Er hätte ja sofort sich offenbaren können und sagen, ich bin Jesus, der auferstanden ist. Warum beginnt er mit der Schrift? Das ist ja ganz einfach, um zu zeigen, Gottes Souveränität. Er zeigt das, was Gott schon vorher, seine Regie, er zeigt das, was Gott schon vorher geplant hat. Jahrhunderte davor, durch die Propheten niedergeschrieben hat. Hier hat sich das erfüllt. Die Bibel ist zuverlässig. Gott ist treu. Er tut alles, was ihm gefällt. Das ist faszinierend. Und Jesus möchte noch mal sie auf das Wort aufmerksam machen. Vertraut dem Wort. Vertraut Gott. Alles, was er vorgenommen hat, wird er ausführen. Wir werden sagen, aber Moment, nicht alle Menschen waren doch Freunde Gottes. Es gab doch so viele Feinde. Ja, genau, das ist der Punkt. Zum Beispiel Herodes. Er wollte Jesus töten. Das stimmt. Aber auch das stand davor. Und Jesus ist, beziehungsweise Josef ist mit Jesus und Maria geflogen nach Ägypten, damit die Schrift sich erfüllt, dass Jesus aus Ägypten kommt. Aber die hohen Priester, die Jesus dem Tod überantwortet haben, ja, das steht ja auch davor. Gott hat auch sie gebraucht. Judas, der ihn verraten hat. Ja, von ihm stand ja auch schon etwas. Pilatus, der ungerechte Richter. Richtig. Aber Jesus sagte zu ihm, du würdest mich nicht kreuzigen, wenn dir nicht von oben gegeben wäre. Die Macht. Soldaten und viele andere, sogar Feinde Gottes, sogar Feinde Jesu, die ihm überhaupt nicht wohlgesonnen waren, haben genau das getan, was Jesus, beziehungsweise was Gott vorher bestimmt hat. All diese Menschen haben zu 100% ausgeführt, wozu Gott sie bestimmt hat. Niemand von diesen Menschen konnte Gottes Plan durchkreuzen. Niemand. Weder Pilatus, noch Herodes, noch irgendeine andere Persönlichkeit. Aber nicht nur das, sogar Menschen, oder Satan, der komplett Gott verhindern wollte, dass er kommt. Auch er hatte keine Macht. Durch Jesus Christus haben wir das ewige Leben, weil Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Und niemand konnte diesen Plan durchkreuzen. Warum spreche ich darüber? Warum erwähne ich einzelne Geschichten, ihr Lieben? Nochmal, zu zeigen, Gottes Souveränität. Gott hat wie ein Regisseur im Film einen Film fertig geschrieben und die Schauspieler spielen nur das, was schon vorher, schon längst aufgeschrieben wurde. Die Bibel spricht von Anfang bis zum Ende. Gott hat die Geschichte in seiner Hand schon abgeschlossen. Er ist Souverän, das heißt, niemand kann seine Pläne durchkreuzen. Gerade jetzt in dieser Zeit gibt es viele Spekulationen. Ja, aber was ist mit der Weltregierung? Ja, aber was ist mit Freimaurer? Was ist mit Menschen? Und dann werden irgendwelche Theorien, irgendwelche Menschen erwähnt, Organisationen, die tatsächlich existieren und die tatsächlich Macht haben. Was ist mit ihnen? Müssen wir die fürchten? Ihr Lieben, Gott ist souverän. Er hat alles vorher geplant. Niemand, keine Macht dieser Welt, keine Regierung dieser Welt kann Gott durcheinander bringen. In Lukas Kapitel 21, 5-31 spricht Jesus über die letzte Zeichen der letzten Zeit, bevor er wiederkommt. Und da werden Dinge beschrieben und die sind nicht erfreulich, die auf uns zukommen. Erdbeben und Katastrophen und so weiter. Aber dann gibt es eine Ermutigung für Menschen, die gläubig sind. Schaut mal, was in Lukas Kapitel 21, Vers 28 steht. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Für uns Gläubige ist das die beste Botschaft. Ihr Lieben, alles, all das, was jetzt anfängt zu geschehen, zeigt, dass Jesus bald wiederkommt. Nein, nein, es endet nicht im Chaos. Es wird hundertprozentig alles nach seinem Plan laufen. Und alle Menschen, auch die Gott feindlich gegenübergesinnt sind, genauso wie Pharao, der feindlich war und sich nicht unbedingt beugen wollte, aber er tat genau das, was Gott gesagt hat durch Mose. Jesus kommt bald wieder, um seine Gemeinde abzuholen. Und das ist die beste Botschaft. Das ganze Buch der Erfundbarung ist ein Hoffnungsbuch für uns alle Menschen, die gläubig sind. Da zeigt sich nochmal Jesus, dass er der König aller Könige ist. Er regiert über die ganze Erde, über das ganze Universum. Gott hat alle Macht in seine Hände gegeben. Gott ist souverän. Er kommt ans Ziel. Und das Schönste für uns, der Himmel kommt. Für uns Gläubige, das Buch der Offenbarung ist ein großer Trost, der in unser Bräutigam kommt. Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist, er wird uns abholen an einen Ort, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei ist. Dieser Ort ist der Himmel oder die neue Erde, der neue Himmel. Paradies nennt die Bibel das. Auf der anderen Seite ist das Buch der Offenbarung ein Gerichtsbuch. Beziehungsweise Gott wird Menschen richten, die gegen ihn rebelliert haben. Völlig egal, wer die Menschen sind. Völlig egal, wie hoch ihre Rangordnung ist. Gott wird diese Welt richten. Und das ist keine gute Botschaft für die ungläubigen Menschen. Weshalb? Weil Gott seine Macht erweisen wird und zeigen wird, wer der eigentliche Herr ist. Die Frage ist, wo stehst du heute? Auf welcher Seite? Wenn du gerettet bist, wenn du Frieden mit Jesus Christus hast. Mein lieber Freund, egal wo du dich befindest, du kannst ruhig bleiben. Gott ist souverän. Er kommt an sein Ziel. Und wir erwarten, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Ich darf dir diese Botschaft nochmal bringen. Du darfst dich freuen. Wenn du in der Sünde lebst, in der Auflehnung zu Gott, hast du die Möglichkeit, immer noch dich umzukehren. Gott lädt dich ein. Heute ist der Tag der Gnade. Schaut mal, was Jesus zu den Gemeinden in Offenbarung 3,20 sagt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Jesus, König aller Könige, Gott, der Herr, steht vor deiner Tür. Er hat seine Hand ausgestreckt, klopft an und sagt, lass mich rein. Ich möchte dich retten. Ich möchte dein Retter sein. Ich möchte dein Herr sein. Mein lieber Freund, was hindert dich, Jesus aufzunehmen? Er ist da. Du kannst genauso die Ewigkeit mit ihm verbringen. Aber du musst deine Knie vor ihm beugen. Du musst deine Sünden bekennen. Gott ist souverän. Er kommt an sein Ziel. Und sein Ziel ist, uns Menschen zu erlösen, uns ins Paradies zu bringen, damit wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Die Frage ist, bist du dabei? Ich werde gleich beten. Und du kannst ja diese Frage dir selber stellen. Wenn du gerettet bist, du kannst dich mitfreuen, dass Gott, Jesus Christus, bald wiederkommt. Und wenn nicht, du kannst gerne Gott bitten, Herr, vergib mir, schenk mir Gnade und Trost. In dieser Zeit, dass ich Zuversicht habe, dass du mein Herr bist und mich genau zu dir bringst. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass du der souveräne Gott bist. Niemand, kein Mensch kann dich von deinem Ziel abbringen. Du wirst immer dein Ziel erreichen. Dafür preise ich dich. Du hast unterschiedliche Menschen gebraucht in der Geschichte. Menschen, die dir gehorsam waren, ungehorsam waren. Jeder Mensch hat deinen Willen getan. Im vollen Sinne oder weniger. Aber niemand konnte deine Pläne durchkreuzen. Ich preise dich, dass du so souverän bist. Ich preise dich, dass du die Gemeinde, die Gläubigen auch durch diese schwere Zeit durchführen wirst. Du führst auch jeden Einzelnen von uns. So wie diese arme Witwe hast du versorgt, so versorgst du jeden Einzelnen, der heute in der Not ist. Und zur gleichen Zeit lädst du uns ein, Buße zu tun, wenn jemand das noch nicht getan hat. Ich bitte dich, Herr, für jeden, der diese Predigt anschaut, dass du bußfertige Herzen schenkst. Dass wir nicht gegen dich rebellieren, sondern uns durch Jesus Christus versöhnen lassen. Danke, dass du immer noch ein Gott der Vergebung bist. Ich preise dich dafür. Amen. Liebe Freunde, ich wünsche euch Gottes Segen. Denk darüber nach, du kannst Buße tun, auch zu Hause. Da, wo du bist, zu Gott beten. Du kannst gerne auch uns anschreiben, wenn du Fragen hast. Wir können uns gerne treffen und zusammen beten. Und Trost bei diesem Schöpfer, Gott, der souverän ist, bei ihm bekommt. Gottes Segen euch. Bis dann.